Liebe Hörspielfans, herzlich willkommen zu meiner Hörspiel-Review hier auf meinem Kanal. Und hier seht ihr schon neben meinen Händen, die heute natürlich nur zu sehen sind, seht ihr hier die beiden Objekte meiner Begierde. Dank der Retrofabrik, die mir diese beiden Rezensionsexemplare des neuen Masters of the Universe Hörspiels mit der Folge 3, der Kristallschild, überlassen haben, können wir heute, oder kann ich euch heute sagen, wie ich diese Folge finde. Diese Folgen gibt es jetzt überall zu kaufen, entweder bei dem großen A, sprich Amazon, oder auf der Seite der Retrofabrik selber, oder vielleicht bei dem ein oder anderen Elektromarkt, Comic Shop etc. Die CD kostet wie immer unter 13 Euro. Das Mediabock ist natürlich etwas teurer, kostet unter 30 Euro. Und ja, Artwork hier schon mal allein. Wir fangen hier an mit dem Jewelcase. Das Artwork hier sieht man schon. Ups, es wackelt hier. Der Ludwig ist gerade vor Stativ gelaufen. Egal. Das Artwork ist toll. Ja, He-Man im Kampf gegen Skeletor. Denn das Besondere an dieser Folge ist es, worauf die Fans ja schon seit der ersten Folge warten. He-Man trifft zum ersten Mal auf Skeletor, der Herr des Bösen. Ja, an der Seite. Die Seite sieht natürlich so aus. Masters of the Universe, der Kristallschild natürlich. Und hier sieht man auch natürlich hier eine Inhaltsangabe, der sogenannte Klappentext. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das hier gut erkennen kann. Ich versuche mal ein bisschen schärfer zu schalten. Ja, müsste eigentlich zu lesen sein, ne? Falls nicht, ich bitte dieses zu entschuldigen. Ja, He-Man und den Verteidigern Eternius ist es gelungen, die Zerstörung Castle Greyskull zu verhindern und den Fluss der Magie wieder in geordneten Bahnen zu lenken. Doch eine neue Bedrohung zwingt die Giganten des Universums zum Handeln. Freunde werden zu Feinden. Die verschollenen Teile der Kristallschildes müssen gefunden werden. Und dann treffen He-Man und Skeletor erstmals aufeinander. Doch auch der mysteriöse Hordak bleibt nicht untätig. Und das stimmt, auch er findet natürlich statt und direkt am Anfang denkt, es werden auch neue Sachen eingeführt. Unter anderem die Fright Zone. Ja, die Fright Zone findet Einzug endlich in den neuen Hörspielen. Das ist richtig cool. Aber auch neue Charaktere werdet ihr hier wiederfinden, die man natürlich von der Kindheit an her kennt. Ja, wie Ram-Man, dann gibt es auch mal einen Tenor, Weeblech, ja, Weeblech hat auch einen Auftritt dort. Ja, also lohnt sich auf alle Fälle. Wir werden mal aufschlagen hier das Ganze. Mal nebenbei, das Besondere immer an den Hörspielen der Retrofabrik ist es, dass man das nicht nur als CD hören kann, sondern es ist immer, entweder hier als Joulecase oder auch hier auf als Mediabook, ist dieses auch als MP3 abrufbar. Den Code findet ihr immer in den Verpackungen. Und dann könnt ihr es euch natürlich überall anhören auf euren MP3-Playern etc. So, wir klappen auf. Und da sieht man auch schon mal natürlich hier die Sprecher. Ja, natürlich wieder tolle Sprecher mit dabei, auch bekannte Sprecher jetzt. Man muss aber auch sagen, ich habe noch ein wenig Probleme, die Sprecher zu erkennen, beziehungsweise die Charaktere auseinanderzuhalten. He-Man ist kein Problem. Und der Erzähler, ja, der hier von Patrick Messe gesprochen wird, ist natürlich auch kein Problem. Es ist das Einfachste. Ja, und Patrick Messe als Erzähler, ihr wisst es ja, ich mag diese Stimme auf alle Fälle. Das ist für mich der neue Horst Naumann. Auch Prinz Adam und He-Man, David M. Schulze, ist, finde ich, sehr gut ideal besetzt. Auch die Stimme von He-Man wird schon kräftiger. Das haben ja viele schon im Vorfeld ein bisschen bemängelt, dass David M. Schulze als He-Man nicht so prägnant ist. Aber man merkt schon, es ändert sich. Dann gibt es auch in dem Hörspiel, gibt es weiterhin Man at Arms, Orko, der gesprochen wird von Matthias Brink, ja, der auch die Regie hier führt. Maria Koschny, Evelyn, und die wird natürlich im Hörspiel, wird sie ab und zu von Skeletor Lynn genannt, ja, liebevoll Lynn, ja. Ist manchmal für mich ein bisschen befremdlich. Skeletor Johannes Steck, Zauberin Kerstin Dräger, die ist natürlich auch mega cool. Ja, sie wird entführt, die Zauberin von Greyskull. Aber He-Man kann sie natürlich, oh, ich möchte eigentlich auch das nicht so viel spoilern in der Folge, möchte ich nicht, ihr solltet euch selber anhören. Er kann sie natürlich befreien und dann zieht sie nochmal durch den Zauberspruch bei der Macht von Greyskull, ich habe die Zauberkraft, nochmal die Kraft, dass sie, ja, in der Magie wieder außerhalb von Greyskull kräftiger wird. Hordak könnte die Stimme ein wenig rauchiger sein, ist aber schon geil. Also Wolfgang Hensch, super geil. Mantena liebe ich auch. Grizzler hört sich auch sehr cool an. Leech, der Klaus Krückemeier macht es auch sehr gut. Und auch hier, Modulock hat den ersten Auftritt und direkt in den ersten Sequenzen des Hörspiels. Ja, da taucht Modulock auf, als wenn man es abgepasst hätte, denn man kann ja seit dem letzten Monat, kann man ja bei Smith Toys den Origins Modulock vorbestellen. Fisto, Jens Wendland, ja, der ist cool. Ja, er kann nicht nur den Cringer sprechen, sondern er kann auch Fisto sprechen, ja, mega cool. Liebe Grüße zu dir hin, lieber Jens Wendland, falls du dieses sehen solltest. Dann gibt es natürlich auch Raman, Raman hat auch einen Auftritt, Mechaneck, ich finde auch Cringer, hier Pat Zwingmann spricht Cringer, Battle Cat sehr, sehr, sehr gut. Stratus ist mit dabei, Buzz of Beastmen, Wieblech, wie ich sagte, Mermen, ja, da muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen an die Stimme. Und ein Zeitloser ist hier Engelbert von Nordhausen. Den durfte ich euch letztes Mal in der Review mit der Folge 2, die Burg der Zeitlosen, auf Wunsch der Retrofabrik nicht nennen. Es sollte eine Überraschung sein, denn er ist ja auch die Synchronstimme von dem Realfilm von damals, ja, von den Masters. Da hat er vielleicht der ein oder andere erkannt, da hat er den Skeletor gesprochen. So, dann hier natürlich der Aufdruck auf der CD selber ist immer gleich, immer die gleiche Farbe, schwarz, dann hier so ein Babyblau. Diesmal ist hier Tila drauf zu sehen, Folge 3, der Kristallschild. Ich hätte da lieber, entweder hätte ich es persönlich gerne in schwarz gehabt, schwarz-silber wäre besser als blau, oder in rot, ja, aber in Babyblau ist Geschmackssache halt. Also ist für mich, hätte man vielleicht machen können und hier auch gewohnt, das Zauberschwert mit seinen Funken, ja, das ist ja auch seit der Folge 1 immer so im Inlay zu finden. So, das ist nun das normale Jewelcase, ja, die Version, aber ihr wollt doch auf alle Fälle das Mediabook gerne sehen, denn das Mediabook konnte für die Vorbesteller nicht sofort gleichzeitig mitgeschickt werden, sondern soll am 5. November erfolgen und der Pfiffige denkt, oh, am Dienstag, ja, richtig, heute ist ja der 4. und am Dienstag soll das Mediabook, Moment, das jetzt, tada, wie von Geisterhand gewechselt worden ist von mir, soll es auch für die anderen Vorbesteller endlich geben. So, und wie ist natürlich bei Mediabook so? So, normal ist, ja, ist natürlich größer, Mediabook wie ein Buch halt, ne, und das Mediabook kostet 29,90 oder 99, lasst mich jetzt nicht durchschlagen, aber es kostet knapp 30 Euro und das hat natürlich noch ein paar Bonus-Sachen, nicht nur das Hörspiel, eine CD, sondern auch vieles extra. Jetzt muss ich mal kurz einen kleinen Schnitt machen und dann werde ich, ja, hier diese Folie, werde ich jetzt entfernen, aber bevor ich die Folie entferne, zeige ich nochmal die Seite hier, so sieht es von der Seite aus. So, seht ihr das? Natürlich auch hier, Masters of the Universe, der Kristallschild, Folge 3, das Retrofabrik-Logo. Auf der Rückseite seht ihr nochmal die Inhaltsangabe, die ich euch gerade schon mal vorgelesen habe, einen Hinweis, dass es eine 2-Disc-Deluxe-Edition ist und da findet man noch, auf der zweiten Disc findet man noch viel Bonus-Material wie ein Storyboard, die Geschichte von Alexander Streep und Matthias Gall, ja, die beiden, die Häupter von der Moto Fanfiction mit Illustrationen von Carsten Klinch, der diese tollen Zeichnungen hier gemacht hat. Dann gibt es ein Spotlight, die Vorstellung der Sprecherin Lisa Kardinale und ihres Charakters Thieler, illustriert von Simon Eckart und Simon Eckart, ein deutscher Artist-Künstler, der für die Master-Verse-Figuren zurzeit verantwortlich ist. Da macht er schon richtig geile Artworks. So, eine Karte ist mit dabei und zwar das Cover-Artwork von Ryan Jusri, ja, in seiner ganzen Pracht, denn Ryan Jusri hat auch hier dieses Cover gestaltet. Ja, das hat er schon bei der Folge 1 und Folge 2 gemacht und Gutes soll man natürlich weiter beibehalten. Dann gibt es noch ein Holo-Charakter-Sammelkarte, Porträt von Thieler, inklusive einer Biografie auf exklusiver Sammelkarte, illustriert von Carsten Klinch wieder mal. Auf der Bonus-CD findet ihr noch mal Behind the Scenes, The Scenes, The Seeds, The Scenes, ja, da könnt ihr noch mal ein weiteres spannendes Gespräch mit den kreativen Köpfen hinter dieser Folge hören. Das epische Aufeinandertreffen von He-Man und Skeletor steht bevor. Doch was ging den Machern dabei durch den Kopf? Erfahrt aus erster Hand, welche Ideen und Überlegungen hinter diesem legendären Moment stecken. Ja, jetzt machen wir, wie ich gerade schon gesagt habe, wir machen einen Schnitt und dann haben wir die Folie schon entfernt. Und zack ist die Folie entfernt und so liegt das Mediabook jetzt ausgepackt vor uns und mal nebenbei zu erwähnen, dieses Hörspiel geht auch 69 Minuten, obwohl ich es gerne etwas kürzer hätte, denn ich mag nicht unbedingt Hörspiele, die über 50 Minuten sind. Ja, damals die Hörspiele von Europa fand ich immer in der Länge ideal. Da waren sie ja bis zu maximal 45 Minuten. 69 Minuten, okay. Da können manchmal kleine Längen entstehen, auch bei diesem Hörspiel für mich. Da hat man manchmal so kleine Längen drin gehabt, aber trotzdem hat mir dieses Hörspiel gefallen. Dazu komme ich aber gleich zum Schluss von meinem Resümee der Folge. So, wir klappen auf. Ich habe gerade, ich darf diesen Tag nochmal machen, weil ich dann gerade vergessen hatte, den Download-Code zu entnehmen. Und so sah man den Code gerade und so hätte einer von euch diesen einlösen können, sodass ich nicht mehr auf meinen Code komme. So, aber es ist jetzt alles wieder so, wie es sein muss. Auch hier sieht man erst mal die Folge. Das ist das gleiche Cover wie auf der anderen CD. Hier auch hier das funkelnde Schwert mit den Energieblitzen. Dann hat man, wie ich eben schon sagte, als Bonus-Material hier diese tolle Karte auf hochwertigem Papier mit dem Cover ganzseitig, wie man sieht. Das ist richtig cool. Das ist wirklich mega geil. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man dieses sich mit den anderen bisher entschiedenen zwei Covern in einem Bilderrahmen hängt, das ist so ein richtiger Hingucker. Also auch hier hammer, cool, gefällt mir. Dann natürlich auch hier diese Karte, Hologramm-Karte von Tila vor Greyskull. Mag ich es sehr, sehr gerne. Guck mal, sieht gut aus, ne? Jetzt läuft der Ludwig hier, tapst der einfach über meine CD drüber, als gäbe es kein Morgen. Naja, hier nochmal das Cover in einer Skizze. Sieht auch nobel aus und im Blau. Ein bisschen wie mit Kuli gezeichnet. Ein bisschen nur. So, dann haben wir hier, wenn man aufklappt, ja, hier ein paar Informationen. Unter anderem stammt diese Folge, ihr wisst ja, das sind ja so Geschichten, die mussten erweitert werden. Und zwar aus den E-Hapa- und Interpart-Comics wurden die Geschichten das Buch des Bösen und im Bandstrahl des Bösen wurden zusammengeklöppelt mit erweiterten Dialogen und Ereignissen, sodass diese Folge entstehen konnte. Ja, so. Ja, dann, das sieht auch toll aus. Na klar, Informationen müssen sein. Auch hier der Text oben. Eternia. Eine Welt voller Ungeheuer und Magie. Uralter, technologischer Wunderwerke und vergangener Zivilisationen. Seit Äonen, steht da Äonen? Seit Äonen trachten die Mächte des Bösen danach, die Geheimnisse des Planeten für ihre Zwecke zu missbrauchen. Die Ruinen längst vergangener Kriege und Katastrophen sind allgegenwärtig. Und aus diesen Spuren der Vergangenheit erhebt sich das Böse erneut, um seine Klauen nach der Macht auszustrecken. Auch dieses Mal stellt sich He-Man dem entgegen. An der Spitze seiner treuen Freunde fordert der Stärkste der Starken die Dämonen zum Kampf, zum Kampf der Giganten. Ja, sehr schön geschrieben, sehr schöner Text. So, und dann sieht man natürlich auch ein bisschen Wort, was untermalt. Hier nochmal Carsten Klinchs Werke. Finde ich sehr schön gemacht. Hat natürlich was von damals und natürlich ein bisschen was von neuerem. Und man muss auch sagen, hier auch Wieblech-Wort eingeführt, auch mit, da wird natürlich gerne auf seinen Schweif, da wird der Schwanz genannt, wird ein lustiger Spruch gesagt, den müsst ihr euch anhören. Und ich finde diese Umschreibung für seinen Schweif, finde ich total lustig. Denn auch die Macher haben darauf geachtet, dass ein bisschen Wortwitz reinkommt. Nicht nur Orko, der natürlich mit seiner quäkigen Stimme wieder mit an Bord ist, der hat sich natürlich Matthias Brink, der Sprecher, natürlich so am Original orientiert. Und ich habe gehört, die einen lieben das, die anderen hassen das. Aber das ist ja immer so. Es muss ja etwas polarisieren, damit etwas im Gespräch bleibt und vielleicht auch zum Erfolg wird und bleibt. Ja, auch hier, Tila mit der Palace Guard. Ja, sie kämpfen hier. Ja, man hat abends richtig cool. Und ich sehe das Media Book jetzt auch genauso wie ihr zum ersten Mal. Die Sorceress, auch Fisto. Wie gesagt, Jens Wendland als Fisto. Hätte ich nie gedacht, dass das von der Stimme so funzt. Und ich bin seit wirklich der ersten Folge, bin ich Jens Wendland-Fan, ja, bezüglich Fisto. Er hat wirklich eine hervorragende Stimme. Ja, Fisto. Auch hier, Mekanek, auch toll geworden. Da wird er nicht der Sieger-Type genannt, weil in den Hörspielen von Europa war er natürlich der Sieger-Type, der überhebliche Sieger-Typ. Ja, auch sehr schön gemacht. Hier unten die Seitenanzahl, ne, mit den zwei Schwertern. Und wie gesagt, auch da wird die Fright Zone mit eingeführt. Hordak mit seiner Wilden-Horde rund da drum um Grizzlor, der die Stimme auch sehr gut ist. Grizzlor, Mantena, Leech, das Saugmonster. Sehr, sehr, sehr gut. Und ich mag auch am Schluss dieses Aufeinandertreffen, wo He-Man wirklich zum ersten Mal aufs Skeletter trifft. Finde ich richtig geil. Und wie ich eben schon sagte, man freut sich und man lernt zusammen nochmal die ganzen Charaktere der Masters kennen, wie sie denn aufeinandertreffen. Finde ich richtig toll. Hier der Kristallschild. Auch hier, guckt euch das mal an. Cool. Hier natürlich, Tila gibt es auch eine Biografie von Lisa Kardinale. Ja, sie spricht Tila und das richtig, richtig gut. Und, ähm, ja, könnt ihr noch mal ein bisschen was von ihr lernen, beziehungsweise von ihr kennenlernen. Hier eine Aussage ist, ich habe als Kind nicht nur mit Puppen an der, äh, ich habe als Kind nicht nur mit Puppen und an der Konsole gespielt, sondern auch mit der, mit den He-Man-Action-Figuren meines Nachbarn. Battle Cat, beziehungsweise Quinscher und Orko fand ich damals besonders toll. Ja, Orko mochte ich damals bis heute auch, ne? Aber auch der ist natürlich, wie ich sagte, wirklich, äh, der polarisiert. Hier die ganzen, nochmal die ganzen Sprecher werden hier nochmal aufgeführt. Und die nächste Folge, das ist die Folge 4, da sind wir schon bei Folge 4, die Wucht bestimmt jetzt, ähm, entweder Ende November oder Anfang Dezember erscheinen, das heißt denn, das Schwert der Verdammnis. Auf der Suche nach dem Anführer der wilden Horde geraten Prinz Adam und Tila in die Fänge gefährlicher Kämpfer. Triclops, Trapture und Jitsu stellen sich kurz darauf in Skeletors Diensten. Ja, und, ähm, da kommen die nächsten Charaktere, was auch hier eingeführt worden ist, toll, beziehungsweise, was hier eine kleine Sequenz bekommen hat, ist hier Beastman. Ja, Beastman, äh, der Wort, was sehr schön ist, klar, weil es Vorlage von Ihaber und Interpart Comics sind, nicht so deppert dargestellt, wie bei den Hörspielen von Europa. Da ist er schon ein Monster, was auch auf Skeletor zum ersten Mal trifft und Skeletor auf Beastman zum ersten Mal trifft und dann wird auch schon bekannt gegeben, dass er mit Tieren kommunizieren kann und sie auch im Griff hat und dass er auch Battle Cat im Griff hatte. Ähm, das finde ich cool, dass auch da Beastman wirklich mal ein bisschen bedrohlich ist, nicht so wie bei Filmation oder bei den Europa-Hörspielen. Ähm, da ist auch eine sehr schöne Sequenz, das müsst ihr euch anhören, wie Beastman diesen auf Skeletor trifft, ne? Sehr cool und wie es böse auf Skeletor sein kann wieder mal, ne? Wie herabwürdigen Skeletor ist, man bekommt auch da schon wieder mit, dass, dass seine Mitkämpfer, ja, eigentlich nur Dreck für ihn ist, ne? Das hört man schon heraus. Und hier sieht man noch darunter die, ähm, nächsten Folgen der Hörspielreihe. Also hier sind bis Folge 6 sind hier aufgezählt, ja, das Schwert der Verdammnis wird das nächste sein, Folge 4, Folge 5, der Thron aus Eis und das sechste Hörspiel im Tal der Bestien. Und da sieht man hier schon ab Folge 4 ist alles in Vorbereitung. Die ersten drei sind erschienen. So, und wir klappen noch weiter um und dann sind wir schon hier am Ende. Also, ich muss sagen, das Hörspiel hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Das ist jetzt, wenn ich jetzt ein Ranking machen würde, ist dieses Hörspiel, ach, da gibt es auch noch so eine Beilage so, das ist am Ende, das ist nochmal das Gleiche. Ne, das ist das Ende nochmal hier so, weil ich es euch eben gezeigt habe. Das lasse ich immer dabei. Ich weiß, sowas ist ja nicht weg. Das kommt dann immer so in mein Regal. So, mach einen Moment, ich baue mir kurz hier auf, ein bisschen, damit es schön aussieht für meine abschließende Beurteilung. So, sieht das gut aus? Ja, kann man lassen, oder? Ja, lassen wir so. Ja, wenn ich ein Ranking machen müsste, was bis jetzt von den drei Hörspielen meine Nummer 1 ist, dann ist das hier die Nummer 2. Also, Platz 1 wäre für mich die Burg der Zeitlosen, das hat mich richtig geflecht. Platz Nummer 2 wäre die Folge 3, der Kristallschild, weil ich finde das richtig cool, dass jetzt viele Charaktere kommen, die man kennt, wie Ram Man, Hordak, Beast Man, Modolog, ja, auch Modolog, das ist ja cool, das passt ja wirklich. Jetzt mit der Veröffentlichung, die demnächst kommt, vom Origins Modolog, ja, ist das natürlich so ein Zufall, ja, man kann ihn seit letztem Monat bestellen und jetzt ist er auch hier schon im Hörspiel schon zu hören, passt ja alles so vom Marketing her, ne? War eine wirklich tolle Folge und auch die Stimmen, da muss ich wie gesagt ein bisschen zugeben, die Stimmen, da dauert es nochmal bei Menschencharakteren nochmal die noch einzuordnen, wer wer ist von den Stimmen, aber das wird nach und nach ja kommen. Von der Musik, ja, da fehlt mir immer noch so der typische He-Man Sound, es gibt noch natürlich das Titelthema, das finde ich sehr cool, aber so die Musikstücke dazwischen ist für mich irgendwie ein bisschen austauschbar. Am Schluss kam schon eine Musik, okay, die war schon annähernd gut, aber das ist immer noch nicht für mich erkennbar, dass das unbedingt die Masters sein soll. Da sollte vielleicht die Retrofabrik und ihr Team rund um die Hörspiele vielleicht noch ein wenig dran arbeiten, um wirklich nochmal die Hörspielreihe einzigartig zu machen und irgendwann, ich gehe von aus, es sollen ja 30 Folgen erstmal erscheinen, irgendwann rücken sie schon auf alle Fälle in der Chartplatzierung die drei Fragezeichen sehr nah auf dem Pelz. Ja, da hoffen wir mal. Ich drücke die Daumen, dass das klappt, weil für uns Masters-Fans werden diese Folgen hoffentlich irgendwann mal auch so richtig kultig werden, wie die Originale aus den 80ern. Actionreich ist dieses Hörspiel auf alle Fälle, kann man gar nicht sagen, kleine minimale Längen waren für mich da, wo ich ein bisschen vom Zuhören abgekommen bin, ja, weil es vielleicht doch mit 69 Minuten vielleicht wieder zu lang ist. Wie gesagt, postet mal unten rein, ob ihr es vielleicht auch lieber kürzer hättet, in der Kürze liegt die Würze oder dass ihr sagt, 69 Minuten ist genau der Idealfall, würde mich interessieren, aber ich freue mich auf alle Fälle schon auf die nächste Folge, die denn in vier Wochen erscheinen wird, wenn alles klappt. Ja, drücken wir mal die Daumen, aber die Retrofabrik hält uns natürlich auf ihren Social Media Seiten, aber auch auf ihrer Homepage auf dem Laufenden. So, das soll es auch gewesen sein, nochmal lieben Dank, liebe Retrofabrik, für diese Rezensionsexemplare und ihr seid sehr gern eingeladen, jetzt unten in die Kommentare eure Meinung zu diesem Hörspiel einzubringen. So, dann habt einen schönen Tag, bleibt weiterhin sammelwütig und wir sehen uns wieder und dann sehen wir uns auch wieder, dann stehe ich wieder oder sitze ich wieder vor der Kamera und begrüße euch zu einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin, bleibt auf alle Fälle hörsinnig und sammelwütig. Tschüss!